Hallo meine lieben deutschsprachigen Freunde! Cześć! Ja, wir fangen heute mit dem polnischen Unterricht an. Wir werden heute nur ein paar Wörter kennenlernen, damit es am Anfang nicht zu viel wird. Wir wollen uns nur aufwärmen. Also, das erste Wort, das ihr schon gehört habt, ist Cześć! Das kann man zur Begrüßung und zum Abschied sagen. Cześć! Komm, du kannst durch wiederholen. Cześć! Gut! Ja, was noch wichtig ist, Danke und Bitte. Das sollte man auch in jeder Sprache kennen, glaube ich. Dziękuję ist Danke, Dziękuję. Bitte heißt Proszę. Proszę. Ja, wir können uns auch, sagen wir mal, ganz üblich, normal, wie auch immer, begrüßen. Ich meine hier Guten Tag. Gien Dobre. Guten Tag. Gien Dobre. Denn mit Cześć kann man eigentlich nur Freunde begrüßen. Man kann nicht ins Geschäft reingehen und sagen Cześć! Das würde sich ein bisschen blöde anhören. Ja, Auf Wiedersehen wäre auch gut zu kennen. Auf Wiedersehen heißt Dovidenia. Dovidenia. Ja, komm, wiederhol auch mal. Dovidenia. Gut. Damit machen wir für heute Schluss und wir sehen uns natürlich in der nächsten Lektion. Das werden wir immer ganz schnell machen, damit es nicht zu viel auf einmal wird. Und ja, wir können uns jetzt ganz einfach verabschieden. Cześć! Do następnego razu. Also, bis zum nächsten Mal. Do następnego razu. Cześć!